Und, wie hat dir das Eis geschmeckt? Lecker! Sonnenschein, so geht es nicht. Ja, hier kann man auch rein essen. Da hinten gibt es Keberlinge und sowas. Auch wenn wir quasi noch Norddeutsche sind, Osnabrück, doch kann man, doch gehört natürlich zu Norddeutschland. Fisch ist überhaupt nicht unsere Welt, Ali, magst du Fisch? Es war gesund, wie gesagt, nur den Backfisch von der Chemist mit Leckerfond da drauf, der war lecker. Ja, super gesund. Hier ist auch noch mal der Wursch Al Arab von Bremerhaven mit dem Wiener Prater. Den haben sie extra aus Wien hier importiert für uns. Natürlich nicht. Wie gesagt, da oben auf die Aussichtsplattform kann man drauf, wenn sie nicht wegen Corona geschlossen wäre. Jetzt eine Quizfrage von gestern. Wie viele LEDs hat das D-Brand? 244 oder so? Ah nein, 24.000. Verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Jetzt machen wir gleich eine Schifffahrt und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich liebe dich. Schaubsauger-Kissi. Ach. Wo müssen wir jetzt hin? Also ich habe hier gefragt. Ja, hier kann man auch gut Körperswurst essen. Ja, genau. Hier gibt es irgendwie so einen Brezelstand oder sowas und dahinter sind die Fahrgarten, da kann man fahren. Gleich um halb geht die nächste Runde los. Alles klar. Kostet? 12 Euro, eine Stunde. 12 Euro, eine Stunde. Bar Kassenfahrt in Hamburg. Bar Kassenfahrt, Bar Kassenfahrt. Ja, das muss man einfach überraschen. Ja, genau. Wegen Corona hat man jetzt auch nur Tischreservierungen. Also wir haben Tisch 5. Okay, alles klar. Da kann man nicht so hinsetzen, wie man will. Ja, gut. Also mir geht es ganz ehrlich auf den Sack mit dieser ganzen Corona-Scheiße. Aber, naja, gut. Immerhin können wir wieder im Urlaub fahren. Lockerung ist ja schon schön. Bar Kassenfahrt. Das Schiff heißt Lady Sunshine. Passt ja zu der Melli. Sunshine, my only sunshine. So, das ist mein Sunshine. Ich liebe dich auch. So, hier ist Tisch 5. Juhu, es geht gleich los. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, hier die Captains richtig auf norddeutschen Moin Moin. Wir haben einen Standard-Gruß hier im hohen Norden. Ich sage einfach mal Moin alle zusammen. Ja. In Hamburg sagen sie Hummel-Hummel-Mos-Mos meine ich. So, das Schiff bewegt gerade. So, das Schiff bewegt gerade. Natürlich will ich auch nicht die Toilette vorenthalten. Klein, aber fein. Hey, da sehe ich mal. Das ist super, super, super schön. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich muss mich jetzt ganz kurz fassen. Mein Akku ist fast leer, meine Speicherkarte ist voll. Deswegen konnte ich auch nicht so viel zeigen. Ja, das war unsere Hafenrundfahrt. Ich hätte gerne viel mehr gezeigt. Leider musste ich kürzen, damit ich mit dem Akku noch hinkomme. Ja, in diesem Augenblick zeigt mir auch meine GoPro an. Akku ist leer. So, das war es von unserer Hafenrundfahrt. Wie gesagt, leider hätte ich gerne mehr gezeigt. Hat nicht geklappt. Melli, wie hat es dir gefallen? Sehr gut, aber warm. Ja, so, Akku ist leer. In diesem Sinne. Go, go, Power Ranger.